WAPA! Es ist mal wieder so weit. Nachdem wir es beim letzten Mal geschafft haben, auf dem ersten Schwierigkeitsmodus Dojo Meisterschaft zu bestehen, wird es jetzt Zeit, auf dem neuen, schwierigeren Schwierigkeitsmodus es anzugehen. Aber dieses Mal wird es noch schwerer als beim letzten Mal. Denn diese Mies sind doppelt so stark wie die davor. Man könnte praktisch sagen, ich kämpfe gegen 60 Mies. Doch die Frage ist ganz ehrlich, die sind so stark, werde ich das wirklich schaffen? Jetzt bleibt mir nur noch eines zu sagen. Nachdem wir beim letzten Mal Novize geschafft haben und ich mit Bruce Lee und Jackie Chan gesprochen habe, fühle ich mich bereit, das hier zu schaffen. Reiner! Fuck, Mann, hier sind wir wieder. Soll ich dir kurz die Regeln erklären? Halt deine Fresse, Frau, du hast hier nichts zu melden in diesem Dojo. Spaß! Okay, Freunde, wir gehen in die Kampffosition über und heute kämpfen wir für Frauenrechte. Das Ding ist, diese drei Gegner gerade, wenn die uns jetzt besiegen, dann sind die gegen Frauenrechte. Ey, ich mache nicht die Regeln, so ist es. Steige auf einen Bogenstab und ramme Gegner von der Bühne. Und, Digga, ist das da unten rechts wirklich Mario? Wie spielt man? 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 Okay, okay. Hä? Achso, okay, okay. Mit dem Scheuerkreuz. Panikattack einfach gerade. Verpiss dich, Mario! Peach ist besser als du für Frauenrechte. Oh mein Gott, Digga, fast gestorben. Mario! Ich bin so scheiße, aber ich habe ihn irgendwie rausbekommen. Sehr gut, nur nach der hier. Wer ist der überhaupt? Zeig mal dein Gesicht, trau dich, Bro. Bro, ist alles okay? Okay, okay, Bro, chill. Er hat so lange gebraucht, um irgendwas zu machen und dann auf einmal greift er an. Hau jetzt ab, Digga. Geh jetzt weg! Nice! Okay, alright. Haha! Alle drei mit einem Schlag. Das habe ich nur geschafft. Apporette! Weil ich mit Bruce Lee geredet habe. Bringe dich vor dem gefräßigen Riesenfisch in Sicherheit. Präge dir die Karten ein, bevor sie gemischt werden und versuche Pluskarten zu erwischen. Wie oft so gilt, wer zuerst kommt mal zuerst. Okay, Apporette. Nein, warte mal, das war ein Glücksspiel, glaube ich. Warum immer Glücksspiel? Ich hasse dich um die Party. Oder war es aber ein Glücksspiel? Ich meine schon. Wir müssen auf jeden Fall die blaue Pluskarte bekommen. Okay, man kann doch gucken. Man kann doch... Man kann gucken. Man kann gucken. Oh mein Gott! Wisst ihr doch, wo es ist? Ich glaube, hier, oder? Nice! Let's go! Das wird eine schnelle Runde, Freunde. Oh mein Gott! Apporette hat ja komplett verkackt! Apporette, Digga! Was ist los mit dir? Okay, ähm... Ich halte meine Wii-Family-Ding da rauf. Das hat nicht so gut funktioniert. Okay, okay, okay. Wieder da! Lol! Wieder an der genau selben Stelle. Let's go! First motherfucking try! Wir haben alles, oder? Wir haben gewonnen. Ja. So, Freunde. Jetzt wird es Zeit ziehen. Ah! Alle drei zu bumsen. Haha! Wer ist jetzt dran? Mein Opa! Oben links! An der Stelle. Ruhe und Frieden. Opa Diddy. Nimm mal auf und nutze den Stab, um dich möglichst weit durch die Luft katapultieren zu lassen. Dabei kommt es nicht nur auf Geschwindigkeit an, sondern auch auf den richtigen Moment des Absprungs. Okay, Opa! Schau mir zu! Der ist für dich, Bro! Yee-hee! Aaaaaaah! Kriegen wir den Rekord? Oh, Warte, Digga! Let's go! Nice! Okay, Opa! Zeig mal, was du drauf hast. Solide! Okay, hoffen wir mal, dass mein Opa gewinnt. Das wäre jetzt schon cool. Mach mal nicht weiter als mein Opa, wenn du ERA hast, Bro. Mach mal nicht weiter als mein Opa. So ein Hurensohn dieser Team. Haha! Bitte nicht du! Bitte nicht du auch noch, come on, come on! Eher nicht, okay. Nein, jetzt muss ich auch noch meinen Opa schlagen. Was soll die Scheiße? Ich werfe meinem Kuss zu. Sorry, Opa. Und jetzt auch noch gegen meinen Dad. Dieses Spiel möchte mich gegen meine ganze Familie aufhetzen. Lettere, züge ich durch den Regenblock, um das Gesicht zu finden, dass zum Mi-Charakter auf der Bühne passt. Die Anzahl der Punkte hängt davon ab, wie schnell du dein Gesicht zu ordnen kannst. Gegen meinen eigenen Dad wird es immer schwierig. Bro! Ich habe vergessen, wie das Spiel geht. Ich hätte mir vielleicht mal die Steuerung durchlesen sollen. Okay, haps, haps, haps. Easy. Okay, jetzt die Olle. Hapsi. Ey, ohne Witz, dieser Modus hier ist einfach nur Familien in Brennpunkt, weil ich die ganze Zeit gegen meine Familie machen muss. Und ich habe gerade richtig verkackt. Nice, nice, nice. So, okay. Das war die letzte. Wir sind mit Abstand erster. Okay, dann haue ich jetzt mein Mi um, Alter. Weg mit dir. Hä? Fake Diddy? Talking about Diddy's. Okay, Fake Diddy. Das sieht so dumm aus, wie die beiden nebeneinander stehen. Wähle nur die Herzen auf dem Blutisblock aus. Wählst du ein falsches Symbol, verlierst du Punkte. Der Spieler, der nach fünf Runden die meisten Punkte hat, erzielt das Gewinnt das Spiel. Das kann ich auch sehr gut. Ich bin nämlich Sonic, actually. Tatsächlich bin ich Sonic, der Igel. Pass auf. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Okay, ich bin, oh, fuck, oh, fuck. Ich bin richtig scheiße. Ich bin doch nicht Sonic. Digga, ich habe null Punkte. Wie scheiße kann man sein? Ich habe gerade noch gesagt, ich will das null Herzen schaffen. Okay, jetzt muss ich rasieren. Okay, das war eine gute Runde. Jetzt habe ich wirklich tatsächlich diesmal rasiert. Bumm, bumm. Ich musste nur warm werden, Freunde. Ich musste nur warm werden. Bumm, bumm, bumm. Easy. Mit Abstand. Leute, heute, ich weiß nicht, was heute los ist, aber wir rasieren. Vigiland Abdi. Ich rasiere euch alle. Jetzt zeige ich dir mal, was abgeht. Dropkick. What the fuck? Oh mein Gott, Anime. Das war schon Juken. Habt ihr das gesehen? Wer sind die drei? Renne durch das Labyrinth und sammle so viele Juwelen, auf wie du kannst. Der Spieler, der die meisten Juwelen gesammelt hat, gewinnt das Spiel. Das war so eine schlechte Route, die ich gerade eingeschlagen habe. Oh mein Gott, das war eine beschissene Route. Ja, das war eine komplett beschissene Route. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Ich muss mich ein bisschen anstrengen. Come on. Wie viele Runden gibt es hier eigentlich? Warum gibt es schon wieder noch eine? Okay, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Keiner kann uns mehr aufholen. Hell yeah. Hell yeah, Digga. Schon wieder. What? Meine Oma unten links. Meine Oma nicht hauen. Das ist eine nette Frau. Merke die. Zehn Zutaten die. Der Koch in den Topf wirft. Triff eine falsche Ball und fliegst aus dem Kochkurs. Der Spieler, der übrig bleibt, gewinnt. Okay, genau hingucken. Paprika, Apfel, Birne, Frisur, Banane. Ich kann mich nicht konzentrieren. Meine Oma darf zuerst? Alles klar. Was macht Stenderman da? Warum hat Stenderman sich gedacht, er macht jetzt einfach einen Kochkurs? Komm ich mal Paprika rein? Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es zweimal eine gab, oder? Nice, okay. Jetzt aber keine Paprika mehr. Jetzt falsche Konzentration. Ha! Raus mit meiner Oma. Es gab gar keine Karotte. Geh mal weg, Slendy. Du hast vielleicht lange Pintakel, aber keine langen Gewürzeln. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es kam... Das war jetzt, das war gerade gruselig. Das war gerade gruselig. Es gab nicht noch eine. Ich meine, es gab nur zwei. Boah, wie lange sie gewartet hat. Riecht auf die Folter gespannt. Geil. Okay. Schon wieder Ultra-Attack. Bunz. Oh yeah. Alter, wisst ihr... Scheiße, Mann. Der Meister ist eine Ex-Freundin von mir. Pädobär und Matt in Kombination. Ufo-Alarm. Der Spieler, der die meisten Ufos erwischt gewinnt. Für einen Ufo mit nur 1 und ich gibt es einen Punkt. Für einen Ufo mit 3 Lichtern gibt es 3 Punkte. Ich bin auf jeden Fall Diddy. Wie gesagt, das wird nicht leicht. Das sind zwei sehr würdige und sehr capable Gegner. Hab sie. Matt. Matt ist natürlich besser als Pädobär. Digga, Matt ist sogar actually richtig gut, Digga. Okay, okay. Matt ist am Führen. Beziehungsweise Matt ist nicht am Führen, sondern Matt... Oh, Matt liest sie genau gleich auf. Pädobär ist mega scheiße. What the fuck, Pädobär, geh mal sterben oder so. Okay, jetzt bin ich richtig schön am Führen. Und Pädobär hat voll aufgeholt. What the fuck? Ja, wir holen das nach Hause. Nicht einmal in diesem Dojo können Matt und Pädobär irgendwas gegen uns ausrichten. Legit. Ob das irgendwie noch zum Großes ne? Digga, wir haben sie komplett. Das ist ja leider gelaufen. Sakada. Dropkick. Wutz. Ich bin fast gefallen. Hab mir meinen Genick gebrochen. Drei Girls. Und die eine ist meine Mom. Nimm mal noch, benutze den Stabum möglichst weit. Okay, halt deine Fresse. Wir kennen das mit dem Spiel rein da. Jetzt knacken wir nochmal den Rekord. Das wäre wild, oder? Stellt euch vor, wir knacken einfach nochmal den Rekord. Das war mega scheiße, Digga. Ich sag's euch ganz ehrlich. Weniger als mein Opa sogar. Und mein Opa ist alt gewesen. Wow. Okay, irgend so ein random Ass-Girl. Immer ein weiteres Süd-Suzamos. Und jetzt nur noch meine Mutter. Mal gucken, was meine Mutter so drauf hat. Immer hätte ich meine Mutter besiegt mich jetzt. Ja, okay, mega scheiße. Nice, Digga. Ja! Da! Da ist sie. Meine Ex, Edeltrud. Dafür brauche ich jetzt. Für das große Finale. Die wahrhaftig schnelle Brille. Zeige mit der Wii-Fair-Menüung auf die Mitte des Ziels. Und halte deine Hand ganz still. Der Spieler, der Pufadenkreuz zum Ziel, am nächsten Mal gewinnt das Spiel. Könnten wir das heute wirklich für's Try schaffen, Freunde? Jetzt wird's richtig spannend. Ah, es geht darum, nicht viel zu zittert. Digga, guck mal, wie viel ich zitter. Oh! Digga, die anderen waren ja so scheiße. Let's go, Yosha! Ja! Oh mein Gott, das tut so weh gerade. Ich habe meine Wii-Fair-Menü so gegen meinen Ellenbogen geschlagen. Aber wir haben's geschafft. Ab jetzt sind wir beim höchsten Dojo auf dem höchsten Berg angekommen. Meister! Einmal hier einen kleinen Test machen, wie gut die Meister drauf sind. Nur testen, nur testen, okay? Guck mal, wie schnell ich bin. Und rüber. Okay, mal schauen, wie krass Meister ist. Wir sind gefi... Wir sind gefi...